. Das ist die letzte Saison, die du mit den Tennis machst. Kaffee So, da ist es gerade keine Prämie. So, da gibt es keine Prämie. So, wir dauern nicht mehr. So, wenig. Wir können hier alles hier machen. Ach so, als Sie. Einfach abzumodern, ja. So, wenn man da. Ja, ich fühle dich dran. Wir werden es ruhig verlassen. So, wenn man da. Oh. So, kein Mal. Oh, wells, yeah. Ja, du euerst hier. Je hab strut. Sam. Beide. Tja, haut¤. Eine. Tja, haut¢. Par gez! Juh. Das ist ausge! Tja, haut¢. Quinde. Tja, haut¢. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Es wird ja auch soайтend Handelsmaßt. Da wir jetzt haben wir es auch ein paar Malen abgeben. Aber das wird ja auch nicht gewonnen. Das wird ja auch nicht gewonnen. Hier ist es hart. Über Nacht. Ja, da guckst du so schön schön. Sechst so schön schön. Ratz in den Scheiß zu stehen. Weil ich die Frau noch so recht geforscht habe. Ja, dann hat es ja auch ein bisschen Ruhe. Ja, das war schön. Ja, schön. Also von der Arbeit. Ja, das war mein Unterwegs. Ich war's auch mein Unterwegs. Wir haben uns auch noch hier unterwegs. Ja. Ja, hier entwickelt sich so. Im Schuh auf der Strecke. Schnittsprojekt. Sollte. Hopp. Spannungsgelatt. Was ist noch das, ihr? Frühstück. Pferden. Zliamo. Schuh. Scheuh. Schuh. 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 Next, next, next. Next, next, next. Next, next, next. 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 Next, 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 next. next, next, next. next, 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 next. next, 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 next. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Hehehe Das ist ja so großartig. Das ist ja auch so großartig. Aber ich habe schon so gut mit dem Auto geklappt. Da ist ja auch so großartig. Das muss sich ja auch so großartig. Das muss sich ja auch mal schließen. Die Rufa raus. Nein. Ja, das ist ja so großartig. Der Rufa in den Ufer und Wagenkappkulern oder so was. Ich bin auch wieder auf die Beerenrufe. Jetzt kommt es wieder zum Tüge in den Futter ein. Es ist locker, es wurde vor dem Leben geblieben. Es ist der Montag. Die Tüge ist hier besser als die. Die Tüge ist... Das war... da wollte ich schon keiner. Du bist ja wunderschön. Wundere gleich. Ich bin gleich drüge auf einer Autotagstelle. Aber ehrlich sind... Ich bin drüge, hat ja nicht mehr. Nimm den Stuhl. Wir haben jetzt eine Autotagstelle gefahren. Da haben wir eine Autotagstelle. Da haben wir eine Autotagstelle. Da sind wir gleich noch rein. Da muss man gleich noch machen. Ja, der hat die Autotagstelle. Die Autotagstelle ist einmal 14. Dann bleiben wir schon. Wie? Ja, das ist ja... Du benutzt in Ihrem Bildschwein. Ich muss sicher, ja, noch mal. Bitte wieder lesen. Ob man auch noch einen Klasszimmer hat. Da war zum Beispiel bei der Fahrt krass, die Fahrt immer weiter. Ja, mach ich mal. Nach der Zeit wird die Fahrt wieder gut, weil wir es machen. Daher kann ich aber auch eine Störung, die Fahrt wieder gut ausziehen. Weichen gemeinsam. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Da kann der Fahrt noch nicht mehr. Das ist ja so. 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 Ich werde mal am besten sagen, dass ihr mal das Arschบau wieder geht. Das ist ja so. Wie haben wir daily. Da heißt das hier durch. Das ist ja so. Das ist ja so. Aber, Ja, ja. Und jetzt sind wir heute mal rein. Ah, drei, drei. Ah, danke für alle. Ah, das ist ein Wiener. Das ist ein Wiener, das ist ein Wiener. Ich bin heute Morgen jetzt schön. Aber da ist die ganze Zeit, Da ist es ein bisschen guter Lattung für den Kürtlöckner. Hinten ja für den Köln-Lagenspaß. Nämlich auch. Aber ich darf nicht mal, ja. Sieht da mal eine Leitkammer. Ne, der kommt doch nicht. Bleibt doch mal ein. Lass mal. Ja, ne, guck mal. Oh, ja, ne. Bauleiter. Das ist nicht schief. Ja, kriege ich am Ende mit dem Anbau-Thema. Das ist auch da. Ja, das ist schon ein bisschen. Ich hätte da ein bisschen für den Raum anfangen. Oder auch, ich meine Ahnung, anfangen. Ich bin über ein Verlangen. Ich habe schon reingeschnitten. Ich bin über ein paar Stunden. Du kannst es auch nicht mehr fahren. Ich habe die Besterbarnen. Da war ich verloren. Da müssen wir die Ferne schlafen. Nämlich nach Nacht. Wir müssen die Hunde schlafen. Wir müssen die Hunde schlafen. Wir müssen die Hunde hochbleiben. Wir müssen die Hunde hochbleiben. Aber wenn wir hier noch weiß. Ah. Kalt sind wir. Zwei Stuhl-Faschinen, zwei Besen, das ist lustig. Ja, direkt bis ans Wasser. Ja, und bis an die Ferne rein. Alle in die D-100-Weiß hat mal Spaß gemacht. Weil wir haben ja gearbeitet, überhaupt nichts. Wir sind zur Baustelle bei Hamburg und danach haben wir, wie gesagt, alle Füßen zu schrauben. Dann haben sie ja nur das Problem. Das ist die Neuer und die Schnürtel. Die Wettbewerbs sind zum Beispiel die Gäste der Kuh für die D-100-Mobil. Die Wettbewerbs sind zum Beispiel die Schlüssel. Die Schlauze ist zum Beispiel die Stuhl-Faschinen. Die Stuhl-Faschinen. Die Stuhl-Faschinen. Die Stuhl-Faaschinen. Die Stuhl-Faschinen. Die Stuhl-Faschinen. Der Stuhl-Faschinen. Vielen Dank. Jetzt war ich hier noch weiter, genau. Der hat ganz schön gesagt. Das ist ja noch ein bisschen lang rein. Boah, ne? Das ist ja nicht möglich. Das ist ja wirklich schön. Aber es geht ja nicht noch hoch. Aber noch ein kleiner Weg. Hängt eigentlich an. Das ist ja warm. 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 Weihnachten ist es. Das ist ja warm. Das ist ja warm. Damit kommt noch mal hin. Niveaus Ja genau, wenn man den Fransierer hältst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020